Jetzt sind wir dort, wo wir immer hingelangen, beim russischen Fetisch im Hinterstübchen. Es knistert das Holz im Ofen, das Hof im Olzen. Und es ist Zeit für die Spiele, die der Wirt als Gegenleistung für das Holz holen mit seiner Wirtin machen darf. Gefesselt! Sie ließ sich fesseln, ließ sich bindeln, ich schnürte sie gar kurz voll ein. Sie konnte sich, wie sie wollte, winden, doch sie konnte sich nicht befreien. In diesem Spiel war ich ein Meister und stirbte nach Vollkommenheit. So war auch sie davon begeistert, wenn sie kam zur Mittagszeit. Jetzt weiß ich, wie es geht. Gefesselt, gefällt sie mir am besten Verschwört wie ein Paket Gefesselt, das wollte ich's nur testen Jetzt weiß ich, wie es geht Es waren Knoten, waren Schlinge Ich wüsste genau, was ihr gefiel Doch manchmal fing sie an zu singen Es wurde mir dann doch zu viel Geknebelt, gefällt sie mir am besten Das hätt sie nicht gedacht Geknebelt, erst wollte ich's nur testen Jetzt weiß ich, wie man's macht Geknebelt, gefällt sie mir am besten Das hätt sie nicht gedacht Geknebelt, erst wollte ich's nur testen Jetzt weiß ich, wie man's macht Danke Danke